Nachdenkseiten. Die kritische Website. Oberstleutnant Adi Jochen Scholz zerpflückt die Standardlüge vom unprovozierten Angriffskrieg Russlands. Ein Beitrag von Albrecht Müller. In der öffentlichen Debatte um den Krieg in der Ukraine spielt bei der Zuweisung der Schuld für dieses schreckliche Geschehen die Behauptung, die Intervention Russlands sei ohne Begründung gewesen eine große Rolle. Oberstleutnant Adi Jochen Scholz zerpflückt sie. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den schon des Öfteren zitierten Brief des ehemaligen parlamentarischen Staatssekretärs im Verteidigungsministerium, Willi Wimmer, an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Die Methode, Vorgänge und Aussagen, die zur Beurteilung einer Sache notwendig sind, wegzulassen, ist sehr geläufig. In meinem Buch Glaube, wen ich hinterfrage, alles denke selbst, wie man Manipulation durchschaut, wird die Methode Geschichten verkürzt erzählen als Nummer drei der Methoden der Manipulation beschrieben und mit Beispielen belegt. Diese Methode ist beliebt, wie der im folgenden beschriebene Vorgang wieder einmal belegt. Im Schrifttext finden Sie eine Verlinkung der Bukareste-Erklärung und Beschlüsse, angenommen von der Parlamentarischen Versammlung der USZE auf ihrer 31. Jahrestagung in Bukarest vom 29. Juni bis zum 3. Juli 2024. Oberstleutnant AD Jochen Scholz zur verlinkten Erklärung der Parlamentarischen Versammlung der USZE Zur Person. Jochen Scholz ist Oberstleutnant AD, diente unter anderem sechs Jahre lang in NATO-Steben und zwölf Jahre lang in NATO-Gremien. Sehr geehrte Damen und Herren, der russische Angriff am 24. Februar 2022 war also unprovoziert? Das ist wirklich so lächerlich, dass man diese Aussage nicht weiter beachten müsste, wäre es nicht die Parlamentarische Versammlung der USZE, die eine derartige Verzerrung der Geschichte formuliert hat. Offensichtlich hat die Mehrheit ihrer Mitglieder die täglichen Berichte der USZE-Beobachtermission aus dem Februar 2022 ebenso vergessen wie die mehr als 30-jährige Vorgeschichte des aktuellen Krieges. Zu dieser Vorgeschichte gehört die Bratislava-Konferenz im Frühjahr 2000, welche die Denkfabrik der Neocons, das American Enterprise Institute für das US-Außenministerium ausrichtete. Der damalige Vizepräsident der USZE, der deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Willi Wimmer, nahm an der Konferenz teil. In einem Brief an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder äußerte er sich besorgt über das, was er auf dieser Konferenz vernommen hatte. Wenn also die USZE-Mitglieder Russland in der Erklärung die Führung eines sogenannten imperialen Krieges vorwerfen, irren sie sich offensichtlich geografisch. Die Parlamentarische Versammlung sollte sich schämen, weil sie mit dieser einseitigen Erklärung den ursprünglichen Auftrag der USZE ad absurdum führt. Der Sauerstoffgehalt im US-amerikanischen Rektum ist nicht besonders hoch. Quod erat demonstrandum. Brief von Willi Wimmer an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder vom 2. Mai 2000. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, am vergangenen Wochenende hatte ich in der slowakischen Hauptstadt Bratislava Gelegenheit, an einer gemeinsam vom US-Außenministerium und American Enterprise Institute, einem außenpolitischen Institut der Republikanischen Partei, veranstalteten Konferenz mit dem Schwerpunkt Themen Balkan und NATO-Erweiterung teilzunehmen. Die Veranstaltung war sehr hochrangig besetzt, was sich schon aus der Anwesenheit zahlreicher Ministerpräsidenten sowie Außen- und Verteidigungsminister aus der Region ergab. Von den zahlreichen wichtigen Punkten, die im Rahmen der vorgenannten Themenstellung behandelt werden konnten, verdienen es einige, besonders wiedergegeben zu werden. Von Seiten der Veranstalter wurde verlangt, im Kreise der Alliierten eine möglichst baldige völkerrechtliche Anerkennung eines unabhängigen Staates Kosovo vorzunehmen. Vom Veranstalter wurde erklärt, dass die Bundesrepublik Jugoslawien außerhalb jeder Rechtsordnung, vor allem der Schlussakte von Helsinki, stehe. Die europäische Rechtsordnung sei für die Umsetzung von NATO-Überlegungen hinderlich. Dafür sei die amerikanische Rechtsordnung auch bei der Anwendung in Europa geeigneter. Der Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien sei geführt worden, um eine Fehlentscheidung von General Eisenhower aus dem Zweiten Weltkrieg zu revidieren. Eine Stationierung von US-Soldaten habe aus strategischen Gründen dort nachgeholt werden müssen. Die europäischen Verbündeten hätten beim Krieg gegen Jugoslawien deshalb mitgemacht, um de facto das Dilemma überwinden zu können, das sich aus dem im April 1999 verabschiedeten neuen strategischen Konzept der Allianz und der Neigung der Europäer zu einem vorherigen Mandat der UN oder USZE ergeben habe. Unbeschadet der anschließenden legalistischen Interpretation der Europäer, nach der es sich bei dem erweiterten Aufgabenfeld der NATO über das Vertragsgebiet hinaus bei dem Krieg gegen Jugoslawien um einen Ausnahmefall gehandelt habe, sei es selbstverständlich ein Präzedenzfall, auf den sich jeder jederzeit berufen könne und auch werde. Es gelte, bei der jetzt anstehenden NATO-Erweiterung die räumliche Situation zwischen der Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie es in der Hochzeit der römischen Ausdehnung gewesen sei. Dazu müsse Polen nach Norden und Süden mit demokratischen Staaten als Nachbarn umgeben werden, Rumänien und Bulgarien die Landesverbindung zur Türkei sicherstellen, Serbien, wohlzwecks Sicherstellung einer US-Militärpräsenz, auf Dauer aus der europäischen Entwicklung ausgeklammert werden. Nördlich von Polen gelte es, die vollständige Kontrolle über den Zugang aus St. Petersburg zur Ostsee zu erhalten. In jedem Prozess sei dem Selbstbestimmungsrecht der Vorrang vor allen anderen Bestimmungen oder Regeln des Völkerrechts zu geben. Die Feststellung stieß nicht auf Widerspruch, nach der die NATO bei dem Angriff gegen die Bundesrepublik Jugoslawien gegen jede internationale Regel und vor allem einschlägige Bestimmungen des Völkerrechts verstoßen habe. Nach dieser sehr freimütig verlaufenden Veranstaltung kommt man in Anbetracht der Teilnehmer und der Veranstalter nicht umhin, eine Bewertung der Aussagen auf dieser Konferenz vorzunehmen. Die amerikanische Seite scheint im globalen Kontext und zur Durchsetzung ihrer Ziele bewusst und gewollt die als Ergebnis von zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert entwickelte internationale Rechtsordnung aushebeln zu wollen. Macht soll Recht vorgehen. Wo internationales Recht im Wege steht, wird es beseitigt. Als eine ähnliche Entwicklung den Völkerbund traf, war der Zweite Weltkrieg nicht mehr fern. Ein Denken, das die eigenen Interessen so absolut sieht, kann nur totalitär genannt werden. Mit freundlichen Grüßen, Willi Wimmer, Mitglied des Bundestages. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und wenn Sie auch etwas tun wollen, Vielen Dank.